so neue aufnahme session von far cry dry nur mal so nebenbei wir kloppen uns erstmal eine spritzerin weil unser leswolken ja schon wieder äußerst ok spritze haben wir gar nicht natürlich ja stelle spritzen her das kennen wir doch schon alles alter ich möchte es nicht alles gucken mal gucken ob wir was herstellen können nein das ist sehr schlecht auch munitions technisch sieht sehr schlecht aus aber ich möchte jetzt hier erst mal diese mission machen also diese diese fahrt des jägers und dafür sollen wir das scharfschützen die wir am zielort benutzen lud ist da in 169 meter dabei auch mal hin noch mal die waffe wechseln auf die skorpien die wenigstens noch ein paar mehr schuss jetzt grüne blätter das ist günstig hier gibt es auch hunde jetzt nicht mehr meine herren so zählen wir natürlich noch mit hier eigentlich müsste er sich ja jetzt langsam mal dran gewöhnt haben hier ne dass er hier ein paar türe mal aus ausnehmen muss so hier war doch noch irgendwo einer da zing so, ich wollte hier aber eigentlich erstmal noch ein bisschen Gemüse schnippeln achso, den hatten wir ja schon so, aber in die Richtung ist noch grün grün brauchen wir für Medizin, wa den nehmen wir auch noch mit so, das war ja unsere, hatten wir ja so festgelegt ok, stellen wir uns erstmal ein bisschen was her hier, Medizin so, mehr geht nicht vier Stück reichen auch erstmal und dann werden wir jetzt hier mal zu der Mischnien wie viel Meter haben wir noch, 100 Meter reicht passt ich werde mir mal angewöhnen, praktisch auf den Wegen, wo ich hin will auch das Gemüse mitzunehmen stinkt hier kennen wir ja bereits so, dann nehmen wir uns hier mal das Scharfschützen, die wir ja greifen zing so, und jetzt nochmal Hirsche jagen da werden wir sicherlich hier auf den Aussichtspunkt mal hochgehen und jetzt mal das Fernlauf nehmen da haben wir ein bisschen was ok so, dann legen wir mal an zoomen können wir nicht das war ja schon mal ein guter Treffer, muss ich sagen dafür war das ein Treffer und die anderen haben wir verscheucht komm, oh nicht wieder komm, Headshot und auch nicht ja, da muss man hier wo runter ach scheiße wollte ich ja auch nicht warum habe ich den nicht getroffen hm ach ja, naja, ist egal guck mal hier noch ein bisschen rumgucken oh, du stehst jetzt aber günstig kann auch nicht ranzoomen hier so problem ist bloß, dass wir jetzt wahrscheinlich keine keine weiteren mehr haben nur, weil die alle verscheucht haben da ist einer da ist einer äh, nur renn halt da nicht so rum sondern bleib stehen Headshot wohl okay, dann gleich noch mehr ich will gleich ich will sich leider nicht mehr, wo ich die anderen hatte kleines Raketenbündel bereit zur Herstellung ähm, tun wir das hier oben Gemüse auf jeden Fall und Kisten wiegt das so sehr Doggy Bag weg mhm, 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 mhm so, dann machen wir hier eine Hirsche äh, uns greifen und wir dort sieht ein Judo aus doch, da ist noch einer die, 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 die so, gucken wir mal weiter sieht ein Judo aus mhm, das ist natürlich doof ich stelle die Jagdinstinktspritze her um Tiere in der Nähe leichter aufspüren zu können Können wir nicht ja, weil die Spritzen Tasche voll ist äh, jagen wir uns mal in der Rimm so, Jagd die Frage ist nur wie benutze ich die ja, ja falsche Waffenklasse ausgerüstet schon klar irgendwas mit sieben habe ich noch in Erinnerung Jagdinstinkt 35, 34 Sekunden hm bringen tut mir das aber nicht viel, oder? also ich habe irgendwie keine Fühle, dass irgendwie ich da jetzt irgendwas erreicht habe gibt hier keine Hirsche mehr oder was? gibt es doch ja auch nicht hm das wäre natürlich ein bisschen ein bisschen ungünstig ich würde mal vorsichtig ausdrücken gibt es ja keine Tiere mehr oder was? hm ich habe ich habe hier keine naja, okay wir haben uns jetzt auch nicht gerade wie ein Jäger verhalten, aber rein theoretisch müsste die auch respawnen, ne? hm ja, was machen wir denn jetzt? guter Rad teuer, ne? nochmal hier oben auf dem Berg nochmal hoch irgendwo muss ja immer so ein Viehzeug hier rumrennen hm das ist dann schon wieder scheiße höh schießt wo seid ihr? das ist doch scheiße die sind echt weg, wa? die gibt es so ja auch nicht ups da ist noch eine Kiste ja, ich stelle die Aktion zu habe ich da schon hat mir ja nichts gebracht könnte ich auch mal in die Kommentare schreiben wo was das bringt also wenn der Gegenwart ja ist ein View detto Vielen Dank.